Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Cat Lady. Letztes Mal mit Mitzi hier noch die Post gemobst. Sind wir jetzt eigentlich schon? Wir sind jetzt schon oben, oder? Wir sind hochgegangen schon. Wir haben ja die Briefe hier bekommen. Mit denen wir... Den hier. Die Pauline sucht nämlich einen... Ich könnte eine Nanny. Ja, es ist sicherlich ein paar Mal. Ich... Ja, 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 ja. Um, let's go. Coming! Okay, Mitzi. Oh, hello. Hi, I've heard you're looking for a babysitter. Is that correct? Well, yes, that's correct. Look no further. My name is Mitzi Hunt. I'm currently a student, but I'm great with children. And I could really use a job. These school tuitions get pretty expensive these days. I... Okay, maybe. But why is Mrs Ashworth here? Hello, Mrs Ashworth. Hi, Pauline. Um... How are you? I'm great. Thanks. I haven't seen you for ages. Are you here to apply for a job as well? No. Of course not. I... Äh, warte, wieso zeigt's denn da... Warte mal, so müssen wir das machen hier. Jetzt gerade meine Windows-Kleister noch angezeigt. Oh, Susan ist meine Tan... Äh, oh, Susan ist mein Tantchen. Sie hat mir von ihrem Job erzählt. Oh, ich bin Frau Ashworth, Untermieterin. Frau A arbeitet für die Agentur. Sie ist hier, um mich zu beurteilen. Ähm... Ähm... Ich denke, wir sollten ehrlich sein. Oh, I'm Mrs Ashworth's Lodger. She kindly offered me a room, and we've been living together for the last couple of weeks. I mentioned to her I was looking for a job. My parents pay for the room and school fees. What I could do with some extra spending money. So, anyway. I'm starting this course on child psychology next semester, and I thought it would be useful to get some hands-on experience with little children. My mother always says you have to get your hands dirty to learn something properly. Not that you get dirty hands looking after babies. Just... Metaphorically speaking. Well, it can get dirty. I hope you understand the job would involve changing that piece, too. Yes, of course. I don't have a problem with that. Yes, well... You sure sound enthusiastic. Would you like to come in? Mutig, Susan. Mutig. Sehr mutig. You owe me. We need to work together on this. I'll do the talking, I promise. Fine. Just don't overdo it. It's too late for that, Mrs. A. What a nice flat! I love the wallpaper. Very retro. Um, thanks. I decorated myself just before Alyssa was born. Please follow me. We can talk in the living room. I'll need you to drag her away. How the hell am I supposed to do that? I don't know. I'm sure you can think of something. Why don't you think of something? I told you, I don't do babies. I feel so uncomfortable here. I'd gladly blend with this cheesy wallpaper that you like so much and disappear. I know. So do I. Do you think I know anything about babies? No. But I'm trying to fake it and so far she's buying it. Look, I need you to stay cool and come up with something that'll make her leave the room. Got it? But that's where the problem is. I can't think of anything. Just play it by ear, yeah? Okay, ähm, hier können wir nichts machen. Wir können auch nicht rausgehen. Ähm, Fotos. Fotos auf Englisch, okay. Hauptsächlich Babyfotos. Es gibt auch einige von Pauline und ihrem Ex. Seine Gesicht fehlt auf jedem einzelnen. Wenn sie diesen Kerse unbedingt aus ihrem Leben rausschneiden will, warum hängt sie sich nicht einfach die Fotos ab? Das ist wohl wahr. Ja, ich habe früher die Kinder meiner Nachbarn baby gesittet. Nicht wirklich, aber ich lerne schnell. Ähm, hier müssen wir liegen. Wo arbeiten Sie? Es gibt einfach nicht genug Unterstützung für arbeitende Eltern. Wo ist Elisses Vater, wenn ich fragen darf? Ist es genug Unterstützung für arbeitende Eltern? Tell me about it. If I don't go back to work in two weeks time, they will cut my maternity pay in half. So I haven't really got a choice. It's either this or Elissa and me will face the life in poverty. Ach, wir fragen einmal von oben durch. Where do you work? I'm a hotel manager. It's a very competitive industry, but I've always loved it. I miss it a lot. Where's Elissas dad? Do you mind me asking? I... I'd rather not talk about it. It's personal. As far as I'm concerned, Alyssa hasn't got a father. I'm sorry, I shouldn't have asked. No, it's alright. But I just don't like talking about it. I'm sure you'll understand. I have a great connection with kids. I'm sure I can manage with Alyssa. Okay, I don't doubt that. How about... Would you like to hold Alyssa for a minute? We should probably see if she likes you first. I... Yes, definitely. But... I ought to wash my hands first. Your hands? My hands. I must have touched a million things on my way here. As much as I want to hold her, I just don't think it's safe. You know? Really? What have you been touching? Oh, you know, just ordinary things. This and that. You look pretty clean. I'm sure it'll be okay. Well, if you must know, I... Ich habe eine schmutzige aus den Hund gestreichelt. Ich habe heute schon in einem Krankenhaus freiwilligen Arbeit geleistet. Ich habe vor dem Haus einen obdachlosen Mann umarmt. Ich habe möglicherweise vergessen, mir nach der Toilette die Hände zu waschen. Nein, wir haben den Hund angefasst. I stroked a filthy-looking dog. Oh. If that's the case, then... I would very much prefer that you wash your hands. I'll show you to the bathroom. Would you mind answering the door for me? Sure. No problem. It's probably just my friend Kate. Just let her in, please. Is that okay? The bathroom's this way. Follow me. Okay, können wir uns hier noch weiter umschauen? Fenster. Auf dieser Seite des Gebäudes wird es früh dunkel. Das ist ein großer Fernseher. Ne, da will ich nicht... Aber was hat sie gesagt? Sie sind noch nicht im Bade... Was? Sie sind noch nicht im Badezimmer. Klingt so, als würde Miezi ihr irgendwelche erfundenen Geschichten erzählen. Okay. Bücherregal. Nichts nützlich hier. Nur Bücher, Bücher, Bücher und einmal Spielsachen. Ich sollte mich erst... Ihre Küche sieht blitzeblank aus. Ah, hier sind noch mehr Fotos. Auf den meisten Fotos sind Pauline und ihr Kind. Ein Kerl ist auch auf manchen drauf, aber sein Gesicht scheint aus jedem einzelnen Foto rausgeschnitten zu sein. Seltsam. Was ist das denn? Hallo. Hallo. Sind Sie Kate? Ich habe von der Agency get sent. Oh. Mein Name ist Rita Teckel. May I come in, please? Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitter's Agency, of course. We bring fun and professionalism into childminding at a discount price. May I come in, please? Wait. Just hang on a second. I believe we have an appointment. It was confirmed by post. Didn't you get a letter? Hang on, I said. Tut mir leid, ich stelle es schon vergeben. Falsche Adresse, Hauptabbrillen, Schlange. I'm sorry. The position has already been taken. Oh, great. Are you sure? Yes. I'm sure. Thanks for your time. See ya. Wait, wait, wait. There must have been some kind of mix-up. No, there wasn't a mix-up. You're just too late. Bye. I'd better call the office and find out what happened. Und... Ihn nur anzuschauen, tut schon weh. Können wir mit dem irgendwas machen? Die Farbe vielleicht? Nee, mit der... Karte. Der Karte. Ach so, die Karte. Ich dachte gerade, hey, warte denn für eine Karte. Hm. Ich könnte ja den Strom ausmachen. Oh, der Typ. This fuse in me. Ja, ja, ja. We're playing a dangerous... It seems... Jesse. Josh. Ja, ja, ja. Was? Klar, später, okay. Ähm, es ist... Hä? Können wir vielleicht... Ähm... Ich hab auch nichts. Was soll ich denn machen? Oh. Paulines Laptop. Ich kenne mir den Computer nicht gut aus. Das sollte ich mit sie überlassen. Ich höre das Wasser laufen. Ich muss mich beeilen. Ich könnte jeden Moment rauskommen. Es gibt viele Fotos von Pauline und ihrem Ex. Sein Gesicht wurde aus jedem Einzelnen rausgeschnitten. Was ist mit dem Baby? Oh, eine Schere. Scheinbar verbringt sie viel Zeit damit, den Kindsvater aus den Bildern herauszuschneiden. Ach, die dunklen Geheimnisse, die wir alle vor der Welt verstecken. Dumme Frau, lässt ihr Baby direkt neben einer scharfen Schere liegen? Hm. Wahrscheinlich nicht so doll. Vor allen Dingen lässt sie das Kind hier allein, ne? Das Kind liegt hier allein auf dem Dings. Äh, das hört mich nicht. Ich geh mich drum kümmern, dass sie... Also, war es mein Freund an der Tür? Nein, nur ein paar Tür-to-dür-Salesmann. Ich hoffe, du hast ihm gesagt, dass sie zu hell gehen. Ich weiß ehrlich nicht, was diese Leute denken. Ja, ich auch nicht. Ich bin sicher, dass es Kate diese Zeit ist. Ich lasse sie, wenn du mich für einen Moment entschuldigen kannst. Warte! Das ist so eine krassen Ausrede. Meine Hands still nicht clean genug. Ich sollte sie wiederholten werden. Really? Aber du hast sie für etwa 10 Minuten. Ich bin sorry. Ich bin wirklich peculiar, wenn es zu Hand Hygiene geht. Es ist ein bisschen excessiv, aber ich glaube, es ist nichts von mir. Du wirst die Bathur jetzt sein. Du willst du und gehen und was deine Hands wieder, als ich answer die Tür? Ich bin wirklich wirklich sick, all of a sudden. Oh. Du denkst du eigentlich, dass du eigentlich zu schüttest? Ja, definitiv. Oh, yes. Quickly, go back to the bathroom. Ich bin nicht zu sein, aber das ist eine sehr expensive Karpet. Will du mit mir kommen? Please? Was ich fain? Ich bin scared. Everything ist einfach nur spinnend. Kann Mrs. Ashworth gehen mit dir für eine Change? Es ist okay. Ich werde die Tür und deine Freundin in, ja? Diese Ausreden sind so geil. Okay, mal gucken. Denn es könnte ja wieder die Babysitter-Trollader sein. Sie ist es. Ist sie bescheuert? Ich habe gesagt, du schon. Du bist schon. Du bist schon. Du bist schon. Du bist schon. Ich habe. Ich habe. Ich habe die wronge Tür. Ich habe die richtige Tür. Es ist die richtige Tür. Ich war für eine Nanny, aber ich bin nicht mehr. Du verstehst du, was ich sage? Ja. Nein. Du bist für eine Nanny. Ich habe 10 Jahre Erfahrung und Training in Child Discipline Techniken und Behavioural Psychologie. Also, ich bin für gut Personal Hygiene, strong Work Ethics und nur eine Nanny für eine Nanny. Ich habe nur eine Nanny für eine Nanny für eine Nanny für eine Nanny. Wow, das ist wirklich toll. Aber ich würde gerne gehen jetzt. Du bist nicht eine Nanny. Nein. Ich habe entschieden, mein Baby für eine Adoption zu geben. Wow. Du bist eine schweifliche Person. Du wirst in Höhe, dass du das mit deinem Baby machst. Die Suse. Ja. Ich habe bereits in Höhe gegangen. Ja, richtig. Sie wollen mich nicht da. Achso, nee, warte mal. Wir können ja nochmal. Wir haben doch jetzt die Schere. Mit der Schere schneiden wir jetzt das Ding durch. Das ist purer Selbstmord. Ich mache den Scheiß nicht mehr. Okay. Äh, warte. Strom. Schalter aus. Ich hoffe, das ist das, was Mitzi hat in mind. Oh, not that again. What happened to the lights? I'm... I'm terrified of the dark. I... I... I can't move. Oh God. I can't breathe. Calm down. It's alright. It's probably just that stupid meter. It must have run out of money again. It's not even that dark. Please. You've got to do something about it. I... I think I'm going to faint. Dear Mitzi. Fine. Just stay in my bedroom. There'll still be plenty of sunlight there at this time of the day. I'll go outside and put some money on the meter. It'll only take a minute. Okay. Right. Let's do it. Is that you, Mrs. Ashworth? What happened? Um, no idea. Maybe it's a blackout. Like in the old days. It's probably just the meter. Let me see you. Okay. So it's not her either. I've been waiting for a little bit differently. It's time. It's time to leave. This interview is over. Okay. I don't get it. The cable's been cut. But why would anyone do that? I think we're going to go now. This whole power cut gave me a terrible headache. Is that you, Mitzi? But we haven't finished yet. Have you changed your mind about the job? No, of course not. I'm just scared of darkness. And I still feel sick, you know. Perhaps we can continue some other time. I've had it. I'm getting a new fuse box. Was that you, Jesse? Yeah. How are you doing, Pauline? Well, I... We need the power back. Can you do something? Yeah, I can easily fix that. There's an electrical store that's open till late. I'll get some stuff, and I'll be back before you know it. Bear in mind it's not just the fuse box. It's the cable this time. I'll get a new cable too. Don't worry. But in the meantime, go home, find some candles, and chill, yeah? Thanks, Jesse. That's awfully nice of you. Well, it was great seeing you. But we're going to leave now. Hello. Who's that? My name is Rita Tickle. Rita who? What the hell is going on here? Do you know this woman, Mrs. Ashworth? I've never seen her before in all my life. Gut, dass die Rita so ein bisschen doof im Kopf war, ne? Now she'll think we are absolutely crazy. I wouldn't worry too much. You're not exactly the most popular neighbour in the house anyway. Thanks. What? You don't actually care what those idiots think, do you? No. Of course not. It's just that Pauline seems all right. I'm not too proud of causing her all this trouble. It'll get fixed soon. Look, Jesse's gone out. We can now get inside flat 7 and see what he's been up to. Okay. Yeah. That sounds good. We can also cross Pauline off the list. I've searched through her internet history. And needless to say, there's nothing exciting there. Okay. Okay. Wir könnten jetzt... Es ist immer noch die Wohnung von beiden. Wir könnten jetzt... Auf jeden Fall erstmal die Schere an dem Kleid benutzen. Dazu müssten wir aber runtergehen. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Oder? Nicht? Ne, warte mal. Wo sind wir? Ach, wir sind in unserem jetzt wieder. Warte mal. Können wir jetzt wieder hoch? Können wir. Okay. Okay. So, warte mal. Dann können wir doch jetzt... Es ist abgeschlossen. Äh, was? Was? Was denn jetzt? Ach, das Licht ist dunkler geworden oder was? Oder habe ich jetzt gerade irgendwas... Das ist ja cool. Ich kann mir Minus und Plus die Bildschirmhelligkeit einstellen. Wir lassen es mal so was, ne? Oder was so? Ne, wir lassen es so. Okay. Mit sie knackt das Schloss. Finden wir erstmal ein Schloss. Achso, ja. Sorry. Es ist eh dunkel. Es ist eh dunkel. Job done. Jesus. Are these... Relax, Mrs. A. They're just Halloween masks. Oh, good. That's good. Because I swear, if I see another bloody head... Das wird gerade so hell und immer wieder dunkel. Okay. Das soll Folgenstopp hier sein. Wir werden also nächstes Mal uns die Maske angucken. Maske haben wir gefunden. Shera haben wir. Wir können also das Kleid zuschneiden. Ich weiß bloß noch nicht, wie wir das mit dem Rot machen. Aber das kriegen wir schon hin. Und wir werden aber sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Also bis dahin. Tschüss.